5100 zu polen ja komm ich versuche mal auf 5100 zu polen wie viel hat Max? The Clash of Wursthausen nur ein Feuerball und rein oh Gott ok 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 ich kann halt keine Nachthexte spielen ich kann halt bei Gott keine Nachthexte spielen wie fucking insane ist das denn? traurig dass ich das so spülen musste richtig und richtig guter Nado da jawohl und eine scheiß in dieser Bahn kannst du noch sonst nur den Senkel schmieren ja 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 Das Trunks über mir ist einfach nur ein Witz, aber er hat halt auch einfach das größte OP-Deck aus unserem Clan mit E-Giant, Sparky, Mutterhexe. Max ist einfach ein kleiner Schwanz. Tut mir leider das zu sagen, aber Max ist halt ein Schwanz. Oh! Checker noch ein Prinz. Oh ja. 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 Er ist nie verlernt, er ist nie verlernt. Ich will nur Max überholen, mehr will ich gar nicht Ich will gar nicht mehr als Max zu überholen Oh, ist das bitter für ihn? Ist das bitter für ihn? Ein Game noch und ich bin höher als Trimax, oder? Ein Game Ein Game noch Ja, Bro, jetzt schon wieder alles zu overlevelt, witzig Lustig Ja, das mache ich jetzt Das wäre das Trimax-Deck Ich habe verloren Mehr als das kann ich nicht machen Mehr als das kann ich absolut nicht machen Schick Er hat noch eh Giant Devil 10 Was ein Loser, Alter Was ein fucking Loser Oh, ich kann nicht mehr machen Warum E-Giant zu fett? Äh, so OP ist Ich weiß es nicht, Bro Ich weiß es einfach nicht Das war 100% Out-Stream-Snipe Ja Okay, da noch ein Fernturm Aber da er jetzt draußen ist, würde ich sagen, können wir hinten den Mega-Rütter spielen Ist okay Steckt das Kuppertfuss? Starke Banditen Jetzt können wir rein Ich weiß es ist ja auch Maxed Out-Fällt mir grad auf Hä? What? Was passiert hier? Hey, Junge Ich verstehe das nicht Wie kannst du mit Maxed Out-Karten auf der Trophäen-Rage rumschütteln? Ne, Chat danach Gehen wir in Veilorand Wenn ich das verliere, gehen wir in Veilorand Aber so Real Talk Keine Lust, Alter Und ich habe wieder diesen Diesen, Diesen, Diesen Drag Bug Dass, äh Einfach meine Karten gespielt werden, die ich gar nicht spielen will Der Neue Eine Und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020